Hallo Freunde des gepflegten Buchs, heute die Rezension von Eines Tages Baby von der Autorin Julia Engelmann. Der Klappentext. Eines Tages Baby, werden wir alt sein, oh Baby, werden wir alt sein und an allen Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Julia Engelmanns Slam-Beitrag One Day hat über Nacht eine Welle der Begeisterung ausgelöst und Millionen Fans im Netz gefunden. Ihre Message, Träume endlich in die Tat umzusetzen, trifft den Nerv der Zeit, denn in jedem von uns steckt so viel mehr. Und diese mitreisende Energie zeichnet alle Texte in ihrem ersten Buch Eines Tages Baby aus. Mal zart, mal kraftvoll und immer berührend ruft Julia Engelmann dazu auf, mutig zu sein, das Glück zu suchen und das Leben zu leben, bevor es zu spät ist. Los, schreiben wir Geschichten, die wir später gerne erzählen, mit Illustration von Julia Engelmann. Meine persönliche Rezension Ich wollte mir was kurzes gönnen, also griff ich diesmal zu dem ersten Buch von Julia Engelmann. Eines Tages Baby Ihr kennt das ja mittlerweile, bei mir mit den verschiedenen Reihenfolgen, wie ich Bücher lese. Mit dem Buch Wir können alles sein, Baby, habe ich mir ja etwas schwer getan. Das gebe ich gerne zu, aber mit Eines Tages Baby muss ich sagen, ab da bin ich zu den Fans von Frau Engelmann aufgestiegen. Irgendwie habe ich eventuell einen besseren Zugang zu ihren Texten gefunden als davor, was ja auch möglich sein kann. Aber ich habe mich heute bei den Texten des Öfteren beim Aufstehen erwischt und habe über die Texte von ihr noch einmal ein wenig nachgedacht. Was hat Aufstehen und Nachdenken zu tun? Von allen zwei Texten, vor allem zwei Texte, haben es mir doch sehr angetan. Das ist zum einen gleich der erste Text, nämlich Stille Wasser, sind attraktiv und der Text Goldfisch. Bei beiden Texten habe ich wirklich lange nachgedacht, da sie mich persönlich sehr am Herz berührt haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es vielleicht daran liegt, dass ich momentan eher in mir ruhe als im Oktober, als ich das andere Werk las. Oder es liegt daran, dass ich momentan eher das dann lese, wann ich es lesen will. Oder ich bin einfach ein besserer Leser geworden und kann mich besser auf so etwas einlassen. Auf alle Fälle ist es so, dass Frau Engemann für mich etwas geschrieben hat, wo ich sage, dies hat verdammt viel Herz und Verstand und sie kann es verdammt gut ausdrücken. Ich weiß nicht, ob sie, wie es Kollegen geschrieben haben, eine Stimme einer ganzen Generation ist. Aber für mich sind die längeren Texte in diesem Buch eine Stimme, die man zulassen sollte und über die man nachdenken sollte. Aber tut mir den Gefallen und macht dies an Tagen, wo ihr euch gut fühlt. Und ihr das Gefühl habt, dass ihr in euch ruht. Die Autorin wird euch an diesen Tagen bestimmt auch etwas geben, worüber ihr nachdenken könnt. Erschienen sind die Bücher im Goldman Verlag. Und kosten, ja, 8 Euro. Also, es ist gut angelegtes Geld und vor allen Dingen, wenn man solche Poetry Slam Texte mag. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Man hört und sieht sich demnächst bei literaturlaunch.eu. Findet ihr wie immer aktuellere Rezensionen. Und, ja, schaut einfach mal vorbei. Bis bald, euer Markus von literaturlaunch.eu.